Toll, wir haben Double Heal auf der Bot-Lane. Wollt ihr uns jetzt Heal dabei? Ja, hab ich schon gesagt. So, ich dachte, du nimmst Barriere. Nee, Heal kann Clancen und gibt Movement-Speed. Wenn die mich ignitet, benutze ich Heal, dann ist Ignite weg. Ja, aber, Alter, und ein Bot-Lane, wie soll ich denn Vayne töten? Wir haben Double Heal plus Heal von Soraka. Und Ulti von Soraka. Ja, Alter, die ist unkillbar. Also, Soraka ist auf jeden Fall ein Faktor, wenn die Level 6 ist, muss ich das wissen, gell? Weil die wird dann Ulten für Ari. Und dann, wenn ich denke, ich mache eins gegen eins. Ja, klar. Aber, soll ich doch funktionieren. Das ist dann, lol, das ist dann wirklich jetzt Kha'Zix top, okay. Ach, lol. Und das... Ja, gut, Renekton gegen Kha'Zix. Hm. Ach, Renekton ist stark Top-Lane. Also, wenn er weiß, wie er Renekton zu spielen hat, dann... Ja. Na, wollen wir doch mal. Oh, mal. Ja, Alter, du hast viel zu viel Spaß damit, gell? Ja. Solltest du aufhören damit. Ja, hier. Man muss ja auch Spaß am Game haben. Ein bisschen, ja. Obwohl das Spiel mir keinen Spaß macht, aber... Ach, lol. Das war gefällt. Ich bin mal gespannt, wie das Game so wird. Was auch ein ziemlich geiles Support ist, was aber kaum mehr bei mir spielt, ist Nami. Mhm. Nami-Support wäre richtig geil. Boah, das wird ja richtig hart gegen Wain jetzt, äh. Weil wenn ich reingehe, zündet die Heal, wird gehealt und Soraka zündet die Heal. Weil sie ist ja eigentlich Insta-Full-Live. Ja, komm. Ich glaube, ich will einfach passiv farme. Beim Blue helfe ich jetzt nicht. Scheiß drauf, das schaffen die. Wo kommt Ari? Hm. Okay, der hat Blue gestartet. Das heißt, er wird wahrscheinlich... Top-Ganker zuerst. Fuck, ich kriege den entlastet nicht. Okay, zwei verpasst. Egal, nicht schlimm. Nicht schlimm. Fuck, das. Die Game-Szene im Übrigen nicht. Ja? Ja. Auch wenn wir gewinnen? Ja, das zählt nicht. Lol, warum? Keine Ahnung, weil wir haben gerade ein Game gemacht, wir haben das gewonnen. Äh, und ich habe keine, ähm, Punkte bekommen. Und, äh, ja, mein Supporter wurde nicht eingerankt. Lol, seit wann zählen denn Wins nicht? Ich habe keine Ahnung, aber der wurde anscheinend... Ich dachte immer bei Losses zählt es nicht. Nicht eingerankt, also nicht eingenommen. Linksbums, weißt schon. Ja. Klar. Oh, hat getroffen. Not that bad. Not that bad, Ari. I hear soft things. Hong Kong geht auf die Top-Lane von uns. Ja, mal gucken, vielleicht haben wir Glück und das zählt. Ah, fuck that. Alter, wir hätten gerade Wayne fast gekillt, ne? Nice. Das ist, äh, Wayne zündet hier, wird gehealt von Soraka, weißt du, und hat Insta wieder 300 Leben dazu. Nice. Echt mies, ey. Ja, weil der Trash hat einen sehr, sehr guten Hook gelandet. Fun. Ja, ich rufe halt gleich an. Ich rufe halt gleich an. Reingelaufen, naja. Schere's kann also. Nice. Lol. Good job. Ich rufe halt gleich an. Motivator Jensauer in der Mitte Ah, der war gerade aber klein Jensauer bei mir Hm, ich musste flashen Ich höre softe Dinge Ja Hab keinen Flash mehr War dumm gespielt Hätte auch einfach ausweichen können Okay, ich exekuten lassen oben Ja, der Gang vom Jensauer war gut, Alter Wokong macht das natürlich nicht Ah, ich hab jetzt Ulti Man müsste eigentlich B Wokong kommt runter zu euch anscheinend Das ist ein guter Spiel Hm Wenn Bokong herkommen würde, ich glaube wir könnten sie töten vielleicht Blü ist jetzt eh ab Oh lol... der Wokong Gehen... 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 Oh, was macht er? Ah, er läuft. Aber, ja, seht ihr beide live an, das wird hart. Ah, ist auch okay. Scheiß drauf, ich bin auch da. Pass einfach auf. Okay. Lol, ey, der Typ. Ich bin verblut. Okay, ich geht's EB. Ich konnte jetzt kein neues Spiel anfangen, weil ich angeblich noch im letzten Spiel bin. Nice. Weil angeblich das Spiel gecrashed ist, aber irgendwie stimmt's ja nicht. Weil die haben ja aufgegeben und wir sind alle raus. Verhindert. Giant OP. Okay. Ich weiß nicht, soll ich mir direkt VG-Swert holen oder lieber... ...leber ein bisschen Lebensraub? Ja. Ich überlege, ob ich mir die Magieresistenzschuhe holen soll, gell? Kannst du noch? Ich glaube, ich hole ihn aber auch. Ich will mir die auf jeden Fall gegen die Arie. Arie bekommt ihren Blue-Buff gemacht. Und ich brauche unseren auch, Alter. Warum ist der Wukong so schlecht? Ich brauche doch einen Blue. Ja, toll. Ach, Black Screen, okay. Sollte weg sein, mal gucken. Die Arie hat auch keinen Blue-Buff. Die Arie hat auch keinen Blue-Buff. Und jetzt sollte das doch alles ein bisschen einfacher werden. Hoffentlich. Chin's out, hopp! Da ist Arie. Hm. Wir haben Glück gehabt. Aber was machen die? Oh, Gott! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Oh, die hat die Ulti gezogen. Okay, hinter mir. Ich habe die Ulti gewastet. Na ja, besser gewastet als dadurch. Statt es nicht machen, Gegner am Leben lassen. Ja. Ja, läuft doch. Aber ich habe keine Tante-Kilbe. Ja. Ich habe leider keinen Assist gekriegt. Na ja. Passiert. Aber was gut ist, die Arie kriegt keinen... ... Blue-Buff. LOL. LOL. Okay. Und da hat sogar geschrieben, dass er nicht kann. Thanks. Ja. Ich hätte dich, Bitch. Du musst auch. Oh, ein Gegner haben Drake gemacht. Ja. Ja, wir könnten Wayne so easy killen, wenn er Trash draufgehen würde. LOL. Der geht nicht rein. LOL. Warum ist der jetzt gerade nicht da rein, Alter? Ey. Weißt du, das geilste ist, wenn ich Wayne mit Grunen einen Auto-Attack treffen würde. Alter, er kassiert direkt 400 Damage oder sowas. Nice. Und Blue ist weg. Doof. Ja. Das ist sehr spannend. Das ist in der Mitte. Ja. Und der ist immer noch da. Ich glaube, die wollen den oben diven. Genau wüsse ich es nicht. Genau wüsse ich es nicht. Das ist genau. Ich weiß, was ich nicht. Ja. Ich weiß, was sie gerade drin sind. Okay. Ari wieder in der Mitte. Also ich farme zum Glück noch besser als sie. Noch. Ja, jetzt kriegt der Tower ein bisschen Farm. Ja, jetzt kriegt der Tower ein bisschen. In Talies. Ja. 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 Schade, Kha'Zix ist auch da. Ich muss wieder flashen. Sind halt alle abgehauen, weißt du, schon wieder. Lass mich alle im Stich, Alter. What the fuck? Scheiß Wukong. Ja. Unser Blue wird verschwinden. Das war gar nicht ulti geused. Good job. Ihr drauf! Mein Gott! Ich mach doch was. Make something. Please. Ari geht auf den Tower. Also ich glaube, mit Tower verliere ich sehr früh. Ari miss. Das Geilste ist, ne? Wayne hat trotzdem nicht überlebt, ne? Obwohl beide Heal gezündet haben, ne? Wie heißt es hier? Plus Heal von Soraka, plus Ulti von Soraka. Hat Wayne nicht überleben können. Krass, ey. Kha'Zix ist ja in der Mitte. Weißt du, Kha'Zix camped Mitte, Alter. Lol. Hm? Kha'Zix camped Mitte. Guck dir's mal an. Und jetzt ist mal der Jungler. Ich hab ein Ignite-Ingot unter mir. Ja, er toppt. Okay, was heißt du? Ja, okay. Eigentlich hat er schon hart gewonnen gegen den. Oh, das Problem ist jetzt. Das Wayne ging. So, haben wir noch in der Mitte? Ich weiß nicht, wann die Dragon gemacht haben. Doch, steht drin. Steht, wann ich den geslayed haben. Ja, ja. Deswegen wusste ich's ja. Lol. Der Wukong ist bad. Ohne Scheiß. Jetzt müssen mich grad noch flamen, Alter. Krepier ich. Mitte, miss? Gehört? Ja. Okay, die ist noch da. Die ist noch da. Hat gewartet. Links und rechts. Okay, dann können wir ohne Tau pushen. LoL. Oh, ist da bad. Also, Wukong ist definitiv bad. Äh, Aris... Ah, okay, die ist noch da. Drake ist ab. Gut zu wissen, Spasti. Dann mach ihn doch. Ari, miss. Bin wieder da. Passt auf, gell. Wir gehen zum Drake. Ah, lol. Ja, ich fall eh down, aber ich hab wenigstens auch versucht, einen mitzunehmen. Ah, da war ich jetzt zu greedy, leider. Komm doch, wir können ihn retten. Lol. Wir konnten ihn retten. Okay. Ja, jetzt nicht falten. Ah, das... Ah, so overextend. Ah, die Haare ist aber auch bad. Gleich ist es bad. Okay, wir haben meine Worte nicht gesehen. Sehen mich jetzt aber. Oh. LoL. Ja, mach Drake weiter. LoL. Hinter mir. Nice, Reinectal. Ja, bei mir ist halt noch... Ja, lol. Team, warum... Egal. Wir haben Drake gekriegt. Scheiß drauf. So bad geplayt, gell. So richtig bad gespielt. Schon mit Sonjas, alter. Scheiß Team. Haben mich allein gelassen gerade, alter. Ja, der K6 ist rüber gesprungen. Wir hätten den easy gekillt. Nice. Ja, das war wirklich gut vom Reinectal. Ach, mehr auch nicht. Good job, Team. Botlane, Reinectal gegen die Wayne. Ah, ich geh runter. Alles Gute ist, ich brauche nicht mehr viel für meine Trinity. Lass mal direkt gegen die Wayne. Okay, ich geh in die Mitte. Blubuff ist auch ab. Oh, die führen trotzdem in Kills. Ja, das würde mir jetzt der K6 ist fett. Das wird ein Problem. Ja, der hat mich gerade so auseinandergenommen. Na ja, aber du bist zwar gestorben, dafür haben die aber Drag bekommen. Also, vielleicht sieht das ein bisschen wieder aus. Ja. Drag ist auf jeden Fall viel mehr als wenn... Na jo. K6 Mitte. Problem ist, ich hätte ihn ja sogar gekillt, aber der war ja schon Level 11 und hatte schon seine Flügel. Hm. Scheiße, ich warte, dieses Wort evultiert nicht. Upgradet, sag ich jetzt mal. Upgradet würde ich nicht mehr zusammen. K6 geht runter. Ich komme daher, Reinectal ist ja Toplane. Oder? Soll ich kommen? Mitte bleiben. Ich pushe Mitte kurz. Ja, das Problem ist, Bot können wir nicht wirklich pushen, weil wir haben... Ich habe zwei Tower da. K6 Mitte. Wie steht denn der K6, Alter? 5-1, okay. 5-2, aber ich weiß nicht, ob ich so viel gegen ihn machen kann. Überhaupt nicht. Der macht so viel Damage. Ari in der Mitte. Fuck. Oh, nein, was ist das? Kinsau ist auch da. Fuckin' Gott, der Tummy. Boah, der hat schon 13 Aufladen, der ist schon. Ciao, der ist hart am Jungle, ne? Hm. Oh, die gehen hoch zum Renekton. Nice. Oh, Alter. Nice. Nice. Das, Alter, das ist Madlife, Alter. Das ist Madlife. Hook, 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 hook. Oh. Das war jetzt nicht mehr ganz so Madlife. Leider. Alter, aber das war mies. Die Hook war... Ja, hook war richtig. Also, ich... Eigentlich dachte ich, dass er nicht trifft, weil ich dachte schon, er wäre aus der Range. Ja. Hinter uns, K6. LOL. Okay, K6 unsichtbar. Hinter uns, K6. Schade. Lalalala. Nicht, 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 was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Nicht weg da. Nicht weg. Team. Warum haben wir die Mitte verlassen? Okay, kein Thema. Dann lass... Der hat geultet, der Renekton. Ich hab meine Ulti auch noch alles raus. Raus, was, 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 was. Immer weiter, immer weiter. Boom, Alter. Hast du das gesehen? Die Shockwave, Alter. Raus, what the fuck? Warum... Lalalala, Team. Ihr macht nur ein bisschen zu viel Action, gell? Wenn die Ari gleich von der Seite kommt. Die lebt noch, gell? Team, B. Team halt nicht ganz so, B. Lol. Alter, good job, gell? Die Shockwave war geil, Alter. Dafür freier ich mich selbst. Die war richtig gut. Schön drei Mann damit erwischen. Und KZ-X getötet, Alter. Das war ein nice fight. Okay, jetzt hab ich Trinity. Jetzt geht's. Jetzt kannst du noch bergauf gehen. Soraka bei dir. Pass aber auf, gell? Die ist nicht alleine. Oh, ein Prozent nicht alleine. Ja. Oh, fuck. Okay, das war... Renekton? Äh, fuck. Renekton muss B. Das war dumm. Kommst du weg? Lol, good job. Geh weg, weg. Good job. Really good job, my friend. Okay. Okay, ihr macht Madlife-Plays. Wow, das ist ein Madlife-Plays. So wird das gemacht. Alter, nice. Are we going to kill them? It seems. Negative attitude. Edit. Away in bot lane. Ari noch in der Mitte. Boah, ich hätte... Das war aber so lucky. Obwohl... Ich kann gar nicht gekrittet haben, weil ich hatte ja noch gar keinen Crit. Wie hab ich dann gekrittet? Mysteriös. Gute Frage. Waren daran die Illuminaten schuld? Das sind immer die Illuminaten. Illuminatesen, weiss. Hm. Bei mir ist Miss, gell? Jo. Nice, nice. Bloober von denen ist ab, oder? Ne. Doch. Doch, doch. Den will ich haben. I want him so bad. Good job. Ist das noch Soraka? Oh, Gott, ich habe einige Minions. Madlife. Lass mal O-O-K-6. Ja, lass mal in Top. Lass mal ein bisschen roamen gehen. Ja, machen das schon. Der Hayden. Äh, wohin geht der... ...Kong-Kong-Kong? Lenken. Den haben wir. Chinzau hinter uns. Nice. Der hat einen Minion gescharmt. Der hat einen Minion gescharmt. Der hat einen Minion gescharmt. Oh. Oh. Chinzau ist noch hinter uns, gell? Das heißt, ja. Ja, lass B. Das Problem ist, wenn ich mich von hinten schaue, mich von hinten... Wieder in die Mitte. Kommst du? Ich bin bei dir, keine Ahnung. Noll. Da weh ich noch eine Ward. Ah, gut Job. Ja, da ist KZX, gell? Hm. Ah, die machen jetzt zu viel Action. Unser Team ist perfekt. Das Problem ist, ich will nicht irgendwo alleine rumrennen. Ja, ich bin bei dir. Komm, wir lassen die Minions machen. Way in Mitte. Meinst du, wir können die? Aber... Aber... Aber nicht. Ah, lol. Okay, okay. Ich beeil mich, ich beeil mich. Nice. Bin gleich da? Die Heals. LoL, der ist rausgekommen. Wo bist du? Wo bist du? Ja. LoL. Ich... Ich konnte beide nicht töten, gell? What the fuck? Ich konnte beide... nicht töten. Ich hätte einen Coup machen müssen. Don't go... Ey, die sind so schlecht. Ja, ne, weil das die anderen da oben gesplitted waren. Das war... Das war dumm. Fuck, Alter. Ja, ich hätte... Weißt du, so fängt das an, dass man ein Easy-Game einfach nur throwt, weißt du? Ja, jo. Weißt du, wo Kong-Boot rausgenommen hat? Ich habe jetzt zwei Kills bekommen. Karsis hat wieder ein paar Kills bekommen. Jinxiao hat jetzt wieder einen Kill bekommen. Das ist doof. Ey, ich hätte beide töten können, Alter. Alles auf Cooldown. Ey, ja, das war wirklich doof. Aber vom Gold sind wir, glaube ich, noch vorne, aber... Ja, Top-Lane fällt. Ich renne in die Mitte. Naja, nur weil wir... Ne, warte mal, wir haben jetzt zwei Dragon, die gehen am einen Dragon und steht 16-16, also... Na jo. Wir können gleich durch die Farme. Ich habe einen guten Farm, Alter. Oh, nice, nice. Gut Job, Alter. Karsis kommt. Ich mache Farme in der Mitte. Du hast die Heals gesehen, Alter, wie der Jinxiao einfach nicht grepiert ist. Ja. Das war... Das war Assi, Alter. Ich dachte, er wäre schon längst tot, ne? Aber auf einmal kriegt der Heal, ich kriege Exhaust, Alter, und auf einmal... Ja, lol. Lassen Sie sich wirklich noch töten. Ja, gut Job. Blue Buff. Blue Buff. Unser Blue. Unser Blue. Unser Blue. Unser Blue. Unser Blue. Ja, Renekton. Ja, du hast zu helfen, Alter. Einfach in die Mitte. Botlane, geil? Ist noch Farm. Ja, ich will ein bisschen nochmal ein Blue Buffer wieder stacken. Okay. Das ist ein guter Spiel. Okay, wir fighten nicht. Wait for Wu. Ich bin nicht da. Ich gebe ein Plan. Danach gehe ich, glaube ich, weg. Loll, das ist eine Arie. Die Mitte, gell? Gebeck und dann Mitte, bitte. Das war nice. Loll, warum geht ihr rein? Loll, warum geht ihr rein? Loll! Du meinst, die Carry ist nicht da, Alter. Und Renekton geht in Full-Man-Mode. Ja, sag ich ja. Sag ja, er geht in Full-Man-Mode. Alter, ich meine, da kann er Tanky sein, ja? Oh, oh, hier, hier, hier. Was denn? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ah, ne, ich habe Angst, dass die da reingehen. Die werden auch gleich rein gehen in unser Team. Ich weiß aber nicht, warum die reingehen wollen, wenn ich nicht dabei bin. Loll, 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 loll. Äh, verstehe ich nicht. Der Renekton denkt... Weißt du, er ist halt Tanky, aber... Der hält nicht lange aus gegen die und hat keine Magieresistenz. Oh, hätte der getroffen. Ich bin hier vorne. Wain hat Red Buff. Okay. Nice, lol. Das Problem ist aber... Keiner von uns hat Magieresistenz. Ja. Und die Ari macht verdammten Damage. Ich will mir dann noch einen Hellenzepter. Das war's. Ja, lol. Die wollen Barron gehen. Bade Baron. No Wards. Ah, okay. Doch, okay. Na, ich stehe dumm. Ich will mal nichts machen. Da... Wann jetzt ne Hook kommt, alter, ne Gute. Oh, scheiß drauf. Ich habe ihn gestoppt. Okay. Mitte pushed und Top-Lane. Mh-mh. Nonono. Nonono. Kein Baron machen, Alter. Ey, wir sind viel zu... Ey, das ist der einfachste Weg jetzt noch zu verlieren. Wenn Trash reinhuckt... Ja. Oh nein, nice. Hinter uns, Wayne. Nice, ich bin bei dir. Nice. Hinter uns, Wayne. Nice. Nice. Mitte, Mitte, Mitte. Mitte. Nice, Alter. Good Job. Ey, hier, Bot-Lane, Bot-Lane. Ah, okay, nice, nice, nice. Ah, du hast eine wirklich gute Arbeit, oder? Ehenhippen und dann Mitte, oder sowas. Okay. Meinst du, Mitte können wir noch? Wir sind wütend... Halt irgendeiner gescheit tankt, dann... Halt irgendeiner gescheit tankt, dann... Ach, sag was du wenden willst. Ja, das ist jetzt dumm, wir müssen raus. Typ, das ist dumm. Reinig doch NSB. Der Blubber von denen, schnell. F***ing dirty to me. Okay. Noll. Oh, Drake, schnell, schnell. Fast. Geh mal weg. Geht's krank. Ja, bei mir ist Soraka. Okay, gut job. Warte hier. Ja. Gut gemacht, Allah. So, jetzt habe ich auch meinen Bunchies. Nice. Bunchies, weil... Ich habe jetzt einen Abyssal-Zepter, Alter. Abyssal-Zepter. Abyssal und danach kommt Rabadons und dann bin ich... Ja, jetzt noch Infinity und dann bin ich eh fertig. Ohl. Ich habe... Ich habe... Mit dem Trank habe ich jetzt 2-7 Leben. Die Soraka... Entwardet alles. Und Bot dann ist farben, geil. Aber geh nicht runter. Bot pusht eh. Ich habe immer noch ein Ignite-Zeichen unter mir. Ich laufe auf einem Ignite-Zeichen. Ich hole mal unseren Blue-Bots. Kann ich auch nicht mehr rum. Ja, pass auf. Die werden hier... Das ist mir egal. Weil... Ja klar, aber... Es ist dumm, wenn wir das verlieren jetzt. Weißt du? Wegen... Nur weil die nicht sehen, wo du rumrennst. Dann krieg ich's kotzen. Wir können den eigentlich so easy machen. Eigentlich können wir den wirklich machen. Ach, der ist noch geboardet. Weißt du, was mir gerade so gefehlt? LOL. Was? Ha? Du hast... Die... 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 Die Schrift oben drüber gemacht. Also, die Namen. Ja. Warum? Weil... Weil... Achtung, der Gehundfleisch rein. Ja, die haben den, die haben den. Aber egal, wir töten die. Okay. So, Heal noch gezogen, Alter. Dann wir Speed kriegen. Ja, fuck. Egal, Mitte, Mitte, Mitte. Kommen wir. Die haben zwar Baron, aber scheiß drauf. Oh, wie da nicht schon Vayne ist. Hm. AFK. Irgendwo. Na ja, alles beenden. Ja, AFK. Los. Good job, Bro. Hier. Erster... Unser gemeinsames erstes Ranked, Alter. Und wir gewinnen. Tja. Wie es auszusehen hat, weisch? Läuft doch. Ja, easy. Ich sag aber wohl, du nicht mal jungles. Ja, ohne Scheiß. Einfach in Mitte gespielt. Gegen, äh... Keine Ahnung was, Ari. Outfahrend. Gewonnen. Ariana OP. Und Ariana auch nicht schwer. Also, weere. Ja, am Anfang.